Ja hallo liebe Leute, wie ihr es schon im Hintergrund seht, ich bin nämlich ab morgen den 8. August im Urlaub und werde da bis zum 27.8. weg sein, mir die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und ja, da werde ich auch keine Videos hochladen, also da ist bei mir Sendepause und ja, danach geht's mit vollem Elan weiter. Ähm, vielleicht wundert ihr euch, warum der, beziehungsweise warum keine Videos mehr vom LC Operator kam, der ist nämlich auch im Urlaub und wir starten dann ab dem 27.8. August wieder voll durch und da kriegt er dann von uns beiden, ich übernehme das jetzt halt so ein bisschen von ihm, die volle Packung, die volle Dröhnung und ja Leute, ich wünsche euch bis zum 27.8. eine gute Zeit. Äh, ja, wie gesagt, ich bin da nicht ansprechbar, ich bin vollkommen vom Internet abgeschlossen, abgetrennt, habt da wirklich kein Internet und ja, also lasst es euch gut gehen und ich hoffe, man sieht sich dann wohl erholt am 28. oder 27. August wieder. Also Leute, bis denn.